So, da sind wir schon wieder zurück. Diesmal geht es um die Aufgabe, markiere im Verlauf eines Matches eine Truhe, ein Schildgegenstand und ein Heilgegenstand. Heißt auf Deutsch, eine Truhe markieren, Mini, Biggie, Schlörfnis oder die Saufbox da, das Sixpack oder halt Verbände oder Medikid. Also, deswegen gehen wir einfach mal easy, wir gehen trotzdem in Teams rein, vielleicht kriegen wir noch eine vernünftige Gruppe. Mehr müsst ihr da eigentlich nicht machen. Das ist eigentlich, das ist mal eine ziemlich simple Aufgabe, die noch da drin ist. So, dann erstmal danke für die 140 Abonnenten, dank der Hilfe vom Jan. Und wie ihr seht, unten der Code ist neu, aber dazu gleich, ihr wisst ja, Ladebildschirm ist immer die Zeit zum Liken. Kommentieren und wenn du noch kein Abonnent bist, hau jetzt dann aber raus, wenn ich dir schon mehrmals helfen konnte. Weil du weißt ja, geben und nehmen. So, was den Code betrifft, wie gesagt, der Code wurde geknackt. Deshalb ist da jetzt ein neuer Code. Ich hoffe, der wird auch geknackt. Aber ich hoffe, die ist mal von jemand anderem. Weil ich will ja schon, dass immer wieder andere gewinnen. So, hier mal gerade alle stumm stellen. So, dann hoffen wir mal, dass wir das jetzt hinkriegen. Zumindest die Aufgabe mal. Die anderen habe ich ja nur erklärt, wie es geht. Außer das mit dem Lagerfeuer, das hat ja super funktioniert. Das ist anscheinend irgendein Bug im Spiel. Also wie gesagt, fliegt er einfach dreimal nach Tilted, habt ihr es schon erreicht. Und wie gesagt, am Samstag oder Sonntag, ich denke mal Samstag, kriegen wir hin, einen marischen Livestream, wo wir versuchen werden, die Teamaufgaben zu machen. Und ich stelle mich auch bereit, euch da zu helfen. Weil da sind ja schon ein paar Aufgaben dabei, wo mit Sicherheit einige Hilfe wir brauchen können. Weil es halt einfach wirklich, hier ist Teamplay wirklich teilweise gefragt. Gerade mit den Kills und alles. Ja, wo fliegen denn wieder alle hin? Klasse. Alter. Nein. Mach doch den Kill. Ach nee. Hör doch auf. Wo sind denn die anderen wieder alle? Der andere fliegt wieder irgendwo anders hin. Ach, Leute. Eigentlich kann ich hier schon rausgehen. Aber ihr wisst ja, was ein Heilgegenstand ist. Von daher gehen wir gleich nochmal eine Runde rein, weil die damit definitiv nichts mehr machen. Ja, die Falle hätten wir besser auch mal gemacht. Warum spielt der Teammodus, wenn er doch wo ganz anders dahin fliegt? Das macht halt einfach überhaupt keinen Sinn. Zack, das war's. So, gehen wir gerade nochmal einen Teammodus. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie gesagt, einfach mit Steuerkreuz nach links markieren. So, wenn wir das machen, entweder halt eine Truhe oder halt einen Schilddrang oder eben Medikit oder Verbände. So, probieren wir das Ganze jetzt nochmal. Und das Ganze müsst ihr... Warte, nicht, dass ich was Falsches sage. Ich glaube, in einer Runde richtig. Ja, in einer Runde müsst ihr das machen. Also, wenn wir mal irgendwo hinfliegen, wo es ruhig ist, dürfte es eigentlich kein Problem sein. Aber irgendwie will jeder direkt tiltet. Na, hast du nicht gesehen. So, neuer Versuch. Mal gucken, ob es hier jetzt klappt. Es ist halt... Das ist alles nicht einfach diesmal. Es ist machbar, aber halt... Es ist alles ein bisschen schwieriger. Aber die Aufgabe könnte man eigentlich auch solo machen, von daher... Aber ich versuche hier jetzt wirklich mal ein vernünftiges Team zu finden, aber es ist fast unmöglich. So, mal gucken, wo die Kameraden wieder hinwollen. Anscheinend, na doch. Kommt, lasst uns einfach mal ganz entspannt woanders hingehen. Nicht immer in die Brennpunkte. Ja, warum springen sie raus? Ah, so gehen wohl... Ich weiß nicht, wo ist der schon zu tief. Wo wollt ihr denn hin? Ach, Leute. Mal was da doch. Ja, wenn ich mal eine Gruppe finde, die zusammenspielt, das wäre schon mal recht positiv. Ich weiß gar nicht, ob der Pilz auch zählt. Ob man den überhaupt markieren kann. Das ist schon mal die andere Frage. Ah, ich fliege hier hin, weil hier nämlich absolut... Ich bin nämlich voll beschissen geflogen. So, dann haben wir aber hier schon mal den ersten Heilgegenstand. Zack. Warum hat das nicht gezählt? Ah, seht ihr, da ist die Truhe. Ach, da haben wir schon das Medikit. So, und jetzt müssen wir eigentlich nur noch Mini oder Biggie finden. Mini oder Biggie? Und dann haben wir nämlich die Aufgabe auch schon gemacht. Und dann habe ich ja doch fast alle Prestigeaufgaben schon hochgeladen. Aber der Schilddrang zählt dann scheinbar doch nicht. So, wenn ich jetzt wüsste, wo hier die Kiste wäre... Ach, hier geht runter. Na. Mini, mini, mini. Danke. Und... Zack. Mehr ist es nicht. Also ganz simpel die Aufgabe. So, hätte ich mal besser gewartet. Na, hätte ich mir nichts genommen. Und dann den Schilddrang. So, vielleicht kriegen wir mit der Gruppe noch irgendwas erreicht. Am besten bei den 5 Killster helfen. So, wenn ich dir aber damit schon helfen konnte, gerne ein Like da lassen. Kommentar. Und wenn alles perfekt läuft, noch ein Abo. Und schon wäre es glücklich. Was markiert er? Ach, die wollen schon los. Und dann... Dann... Er bot sich da hinten hoch, warum auch immer. Kommt, lass zusammenbleiben. dem ist der loot von mir ist natürlich auch nicht gerade so gut kann man kann es doch ganz abbauen hier ist eh keiner so mr kalama und DSK was ist hier? come on the Trey Geek! slow! nicht alleine vorreden das gibt doch keinen die haben sich ganz hoch gebaut ja das meine ich warum probiert er es da alleine ich ruckele Das ist ein Dullis. Ja, mach denn so ein Rambazamba, wir haben noch nichts gewonnen. Ach du Scheiße, um die Zone. Ich wohnen besser trotzdem Verbände mit. Ach Gott, das wird ja was. Ach komm. Super, bringt mir aber alles nichts. Ja, mit zwei Verbänden würde bisschen schwierig. Schön, dass ich zwei Kills hab. Ach Gott ey, irgendwie zu Loot Lake kommen. Am besten noch ein paar Äpfel finden. Eieieiei, irgendwie zu Loot Lake. Das könnte reichen, ich weiß aber nicht. Wieso ist er so schnell? Hat er echt ein Dings gefunden? Eine Hoverboard. 20, 19. Ja, das war schon mal gut. Boah, fast falsche Richtung. Eine andere. Auf dem Berg. Boah, ist er gerade so gepasst ey. Boah, noch Gegner, das brauche ich jetzt überhaupt nicht für die Nerven. Ach, hör doch auf. Wir haben doch fast alle kein Leben. Ach hör doch auf, wir haben doch fast alle kein Leben. Mann, 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 und alle down. Ich hab jetzt die nächste Zone. Eins, zwei, und. Ich hab den Kill gemacht. Und. Ich hab den Kill gemacht. Voll die Zone vergessen, man kennt es. Ja, DSK, zieh durch. Schaffst du nicht. Hol unsere Marken mit und probier's. Ach, der hat schon den Nächsten. Der ist schon noch weiter als wir. Ah, das wird zu sch... Verbände ist schon mal gut. Wie lang gleitet der denn? Der will doch auch nur seinen Kill haben. Nice. Noch zwei Roboter. Schön, auch noch die scheiß Zombies. Toll, genau am Bus. Und. Ah,... Scheiße. Was ist das? Nicht schlecht Was ist denn der nächste Bus? Der nächste Bus des ersten Palms Der Vicky wird schon mal eine holen Ah, die Zone kommt schon wieder also, er spielt nicht schlecht muss man sagen Ach, das war's. Dieser Scheiß-Roboter, ey. Ah, trotzdem nice, nice Gameplay. So, ihr habt ja gesehen, einfach eine Truhe markieren, ein Schildgegenstand, Mini oder Biggie und ein Heilgegenstand, also einfach nur Verbände oder Medikid. Wir gucken gerade auch, ob das alles gezählt hat, was wir gemacht haben. So, also ich glaube Level 100 kann ich nicht mehr erreichen. Aber müsste eigentlich so passen. Ah, langsam macht mir Battle Royale doch wieder ein bisschen mehr Spaß. So, hat alles funktioniert, also in dem Sinne viel Spaß beim Nachmachen und vergesst nicht Samstag oder Sonntag Livestreamen. Also ruhig mal öfters aufs Handy gucken. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein. Bye. Bye. Bye.